Ja, willkommen zurück, Need for Speed Brow Street, jetzt tun wir den Track King, ähm, ja, Carolyn Monroe herausfordern. Jetzt kommt erst Really, dann Track, Altmeile und dann wahrscheinlich Viertelmeile. Okay, viel Spaß dabei und, ja, schreibt Kommentare. Ja, Leute, Ryan Cooper hat drei Teams zu beantwortet und jetzt ist nur einer übricht. Ich hab den eigentlich, Cooper wird sich definitiv auch Team vorknüpfen, wenn er das durchhält. Ne Sie ist da keine I. I, ja, würde ich eher sagen. Ja, noch wenige Sekunden und wir werden das Duelles-Jahres-Erleben, Leute. Der Track King schreibt sich neben Ryan Coopner auf. Sehr schön wie Carolyn Monroe hier live laufend. Ja, das sieht man, Baby. Was für eine Show von Carolyn Monroe. Oh, Ryan, das verdächtigt keiner. Die Kraude der Strike King steht auf dem Spiel. Oh, sie ist bereit. Ich darf auch nicht. Oh, sie lässt es auch. Oh, es geht los. Jetzt weiß ich, wie man das mit dem Nitro macht. Oh, sie ist bereit. Oh, sie ist bereit. Bitch! Wauwui! Ich ziege. Mal wieder. So, er ist das ran geschafft. Wir erleben hier, wie sich ein regelrechtes Drama entwickelt. Kupa, die muss ja in ganz schön spielen! Ah ne, jetzt kommt der Zuckel. Track, Meile und dann gleich die halb... ...de Meile. Was? Was war's da? Es ist ganz schön, mit einem neuen Sahne. Egal, ich kann있ce Engel. Oh, ja! Ich bin tra Cocente. D Bell frå ist, klar,ools. Du sagst, was er war's, was er? Die Autobahncy piegest scandal, wenn Sie sich... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz im Ernst. Ich will nicht sagen, dass ich überrascht bin, aber trotzdem... So, letzter Lauf und dann hab ich's im Sack. Jetzt können wir den Lauflegen, die gemacht sind, Leute. Das ist Kärzenabendung. Hier hat es schon so viel aus, dass es gewonnen, die kann sich mit dem Raten verbinden. Die Messe kann befehlen. Auf, Bär! Das ist Kärzenabendung. Das ist Kärzenabendung. Das war knapp. Das ist Kärzenabendung. 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 Oh, 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 oh. Du bist der Träckking! Träckking! Du bist der Träckking- ý Paleo! Du ist schon fertig... Du bist der Träckking- ýl Definitely! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020